Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film der Familie Lucky. Habt Spaß gemeinsam mit den Luckys im Urlaub. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht uns zu abonnieren. Viel Spaß, eure Lisa. Bitte, bitte, kann ich Decken spielen? Später vielleicht. Wir sind doch gerade erst angekommen. Wir können auch lieber im Sand spielen. Ich hole gleich das Sandspielzeug für Anton. Dann können wir gemeinsam eine große Sandburg bauen. Prima Idee. Ist das nicht wunderschön hier? Wir müssen nur noch ein schattiges Plätzchen finden und uns gegen die Sonne schützen. Nur Verstecken spielen. Auf den Baum klettern. Anton ist schon ein großer Junge. Ich kann schon gut klettern. Mich findet hier niemand hier. Wo ist denn eigentlich Anton? Eben war er doch noch hier. Anton, wo bist du? Hihihi, Palme. Hat sich das versteckt? Anton, wo bist du? Komm bitte schnell zu uns. Schaut doch mal, ich sehe ihn. Da oben auf der Palme hat sich Anton versteckt. Wie bist du da nun hochgekommen? Das gibt es doch gar nicht. So gut klettern kannst du schon? Wie ist er da nur hochgekommen? Einer von uns muss ihn nun retten. Lisa, willst du nach oben klettern und ihn holen? Ja klar. Auf die Palme klettern. Habe ich doch im letzten Urlaub gelernt. Das macht so viel Spaß. Jetzt bin ich oben. Ich habe ihn. Ich halte ihn fest. Aber wie bekomme ich ihn nur runter? Ihr müsst ihn vorsichtig auffangen. Und ich kletter dann wieder allein runter. Geschafft, Gott sei Dank. Anton, du musst immer bei uns bleiben. Dir ist zum Glück nichts passiert. Jetzt machen wir aber was ganz anderes. Seht mal da vorne die Wasserrutsche. Na, wer traut sich dem Mega-Wasserrutsche als erstes zu rutschen? Ich werde verrückt. Anton marschiert schon wieder los. Den kann auch gar nichts aufhalten. Ich will auch. Ich will als erstes runterrutschen. Unserer Kindern kann auch gar nichts Angst machen. So eine hohe Rutsche. Ich bin gespannt, wer zuerst rutschen wird. Super Rutsche. Platsch. Jetzt bin ich aber dran. Vorsicht da unten im Wasser. Jetzt komme ich. Yippie. Wuhu. Yes. Hier komme ich. Das war toll. Jetzt will ich aber auch mal. Juhu. Das ist mega. Das müssen wir gleich nochmal machen. Die Rutsche ist super cool. Rutschen können wir immer noch. Wir haben heute noch ganz viel vor. Wie wäre es mit echten Fischen zu schwimmen? Vielleicht sehen wir ja auch noch andere Tiere. Aber zuerst einmal genießen wir die Sonne. Das war unser erster Urlaubstag. Weitere spannenden Geschichten. Folgen wir schon bald. Bitte schaut auch unsere anderen Videos an. Grüße, eure Lisa. Und Abo nicht vergessen. So verpasst ihr keine weiteren Filme mehr. Dann kommt's. Bis zum nächsten Mal.